Ja, willkommen zu diesem Video. Wir wollen uns heute anschauen, wie wir so einen coolen OnePager hier mit OnePage.io erstellen können. Ganz wichtig, bevor es losgeht, du findest den Link zu OnePage.io unten in der Videobeschreibung. Das ist ein sogenannter Partnerlink. Das heißt, wenn du dich darüber anmeldest, unterstützt du zugleich meinen Kanal damit. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, für dich ist das Ganze kostenlos. Du kannst wirklich einfach draufklicken und das ausprobieren. Bevor wir uns das jetzt hier am PC angucken, vielleicht einmal die Frage, was ist eigentlich ein OnePager und wofür brauchen wir den? Ein OnePager ist erstmal nichts anderes als eine Webseite. Man hat eine Domain, man klickt drauf und dann hat man eine Webseite. Oft auch Landingpage zum Beispiel genannt, aber ein OnePager ist eben eine Webseite mit nur einer Seite. Das hat man irgendwann eingeführt, weil man das eben von diesem Konzept Landingpages aus dem Performance Marketing genommen hat. Weil da ist es auch so, dass man immer eine dedizierte Seite baut, um eben ein Produkt oder einen Service dann zu bewerben. Das hat nämlich den Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine, wir kennen die Situation aus der Deutschen Bahn. Man hat irgendwie langsam das Internet und die Seiten laden eben langsam. Und deswegen, da muss man dann nicht immer, wenn man jetzt auf die Kontaktseite will, draufklicken auf den Link und dann muss die Kontaktseite erst wieder neu laden. Dann will man nochmal zurück zum Produkt, dann klickt man darauf, dann muss das nochmal neu laden. Und das ist irgendwie nervig. Deswegen hat man sich gedacht, packt man doch einfach alles auf eine Seite. Die Begrüßung, das Produkt, die Leistung, was man so kriegt und unten den Kontakt. Und dann lädt einmal diese Seite, aber sobald die geladen ist, hat man eben alles auf dieser einen Seite. Das ist wirklich relativ cool und sehr modern auch. Das ist ein neues Ding, dass man eben nicht so klobige Webseiten mehr baut, sondern eben alles schick und schmal auf eine Seite baut. Wir können uns das Ganze jetzt hier mal angucken, hier am Bildschirm. Also einfach unten auf den Link einmal kurz klicken und dann landest du hier auf OnePage.io. Hier können wir uns erstmal anschauen, was das Ganze so kann. Also du siehst hier, du kannst Landingpages und Webseiten machen und du kannst aber auch so coole Quizfunnels machen. Dafür habe ich auch ein Video hier auf meinem Kanal, das kann ich hier oben verlinken. Oder du kannst auch so einen Linktree bauen für Instagram und Facebook. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das einfach direkt mal an. Du kannst hier einfach dich anmelden mit E-Mail und Passwort und dann landest du auf dieser Seite hier. Und dann nennen die das hier Projekte. Man könnte das auch Webseite nennen, aber viele Agenturen nutzen dieses Tool. Und dann sind das eben sozusagen Webseiteprojekte. Also ein Projekt ist immer eine Domain und dieses Projekt kann dann, beziehungsweise diese Domain kann dann auch mehrere Seiten haben oder so ein Quizfunnel. Der limitierende Faktor ist Projekt gleich eine Domain, also eine Webadresse. Wir können jetzt hier einfach draufklicken und uns das Ganze mal angucken, alle Vorlagen. Und dann haben die hier so Starter-Kits für Unternehmen und Agenturen. Aber wir wollen uns diese einzelnen Seiten direkt mal anschauen. Und die sind wirklich cool gemacht. Also als ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, das sieht echt gut aus. Zum Beispiel hier für eine Agentur, für einen Experten, für ein digitales Produkt, für ein Webinar. Oder wenn du zum Beispiel dein eigenes Buch veröffentlichen willst, kannst du hier so eine Landingpage, beziehungsweise einen One-Pager für dein Buch bauen. Du kannst hier aber auch so eine Produktseite bauen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Produkt veröffentlichst, dann kannst du hier drüber nämlich erstmal Leads sammeln, bevor das Produkt dann öffentlich in deinem Shop verfügbar ist. Oder, weiß ich nicht, für deine Hochzeit, für deine Recruiting-Agentur oder für ein Event oder Konferenz. Also du siehst, du hast hier wirklich viel zur Auswahl. Ich würde jetzt einfach mal, weil das, glaube ich, auf viele zutrifft, welches Template nehmen. Zum Beispiel hier dieses hier. Du willst dich als Experte positionieren. Dann nehme ich einfach dieses Template. Das kannst du dir hier im Detail auch nochmal angucken. Und mit diesem Template starten. Dann kannst du dem Namen geben. Zum Beispiel, ich wäre jetzt der Julian Weber. 1, 2, 3. Dann erstellt er das Projekt für dich. Und dann ist die One-Page, also die eine Seite, ist schon quasi fertig. Also man muss jetzt nur noch den Inhalt anpassen. Also wir können uns das hier mal anschauen. Hier links siehst du diese einzelnen Abschnitte. Die werden hier aufgeführt. Du kannst hier auch so ein bisschen rumspringen. Zum Beispiel hier so Testimonials. Oder hier ist auch so ein Calendly-Link mit eingebaut, dass Leute sich eben direkt einen Termin bei dir buchen können. Eine FAQ ist mit drin. Und dann hier unten die Fußzeile. Und das können wir jetzt aber individuell noch anpassen. Du kannst hier erstmal draufklicken und zum Beispiel dein eigenes Bild hochladen. Dann müsstest du jetzt eine PNG-Datei mit einem transparenten Hintergrund hier in dieser Vorlage wählen. Genau, dann kannst du aber auch erstmal hier, ich bin Julian, sagen. Und dann kannst du hier noch den Text anpassen. Und das Coole ist jetzt bei One-Page, dass man eben nicht nur einfache Textoptionen hat, wie zum Beispiel irgendwie, wenn ich jetzt diesen Text fett gedruckt machen will oder irgendwie die Farbe ändern will, dann kann ich das natürlich auch machen. Macht jetzt aber nicht so viel Sinn. Sondern das Coole ist bei One-Page, dass man wirklich Optionen hat, um den ganzen Text so ein bisschen anders darzustellen. Das macht man hier unter diesem Pinsel. Ich würde jetzt die Highlights erstmal entfernen. Genau, und dann kann ich hier draufklicken und zum Beispiel nur Julian Weber unterstreichen. Wäre jetzt ein bisschen egozentrisch, aber egal. Genau, und dann habe ich hier die Option, dass ich eben einzelne Textbereiche unterstreichen kann. Zum Beispiel hier, den Strich kann ich noch ein bisschen dicker machen. Genau, und dann sieht das ja schon relativ cool aus. Das sieht jetzt nicht so aus, als hätte das irgendwie nur einen normalen Unterstrich, sondern das sieht aus, als hätte das einen Designer gemacht. Ich könnte das Ganze jetzt auch noch farblich hervorheben. Zum Beispiel könnte ich dem Ganzen noch, ja, das macht jetzt auf diesem grünen Hintergrund nicht so viel Sinn. Nur damit ihr das mal gesehen habt, so könntet ihr dann eben noch die Akzentfarbe auch hier hinzufügen. Aber ihr seht, was gemeint ist. Hier würdet ihr natürlich die einzelnen Farben nehmen und könntet das dann so anpassen, dass das eben gut aussieht. Ich würde das jetzt einfach mal so lassen. Und ihr könnt diese ganze, ja, diese ganze Cover-Section hier auch noch individuell anpassen. Und zwar hier oben einfach auf den Pinsel klicken. Und dann kann man hier diese Hintergrundfarbe noch so ein bisschen verändern. Zum Beispiel so sähe das auch ganz cool aus. Und man kann hier noch draufklicken und kann auf Divider klicken. Und dann kann man hier unten diesen Abschnitt noch verändern, wie das eben aussehen soll. Dann kann man das hier so angeschrägt machen zum Beispiel. Das sieht ja relativ cool aus. Und man kann hier unter Animationen noch wählen, wie das Ganze einfliegen soll. Also wenn jemand auf die Seite kommt, dass das Ganze zum Beispiel so erscheint. So oder hier so ein bisschen von der Seite und von hinten. Und so kann man eben noch so Animationsstile festlegen. Und ihr seht, das sieht wirklich professionell aus. Ihr könnt hier als Hintergrund aber auch noch zum Beispiel auch ein Bild einfügen. Oder auch noch ein Video ablaufen lassen. Aber das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen, ich würde einfach bei dieser einzelnen Farbe bleiben. Und das zum Beispiel, ja, eben was weiß. Oder ihr könnt das auch so füllen. Aber ich würde es hier so auf weiß vielleicht lassen, weil das war die Vorlage. Das ist nämlich die Power bei OnePage.io. Die Vorlage sieht schon so gut aus, dass man da wirklich nicht mehr viel machen muss. Ihr könnt hier nur noch die einzelnen Sachen so ein bisschen anpassen. Hier zum Beispiel euren Calendly verbinden. Einfach damit mit der Calendly API verbinden. Und dann hat man das schon so oder so ähnlich fertig. Aber ihr könnt natürlich auch noch weitere Abschnitte einfügen. Zum Beispiel einfach hier auf das Plus klicken oder hier unten auf Abschnitt einfügen. Und jetzt könnten wir zum Beispiel noch so ein Kontaktfeld hinzufügen. Irgendwie hier sowas. Und jetzt ist das unter der Fußzeile gelandet. Aber das können wir jetzt noch hochziehen wieder über die Fußzeile. Und schon hätten wir hier noch so ein Kontaktfeld. Und da könnten wir dann einfach noch ein weiteres Feld hinzufügen. Zum Beispiel ein Textfeld, dass Leute eben noch einen Text dazu schreiben können zu ihrer Nachricht. Und dann müsste man hier den Button noch benennen. Zum Beispiel hier wäre das dann Senden bei einer einfachen Nachricht. Und dann könnten Leute dich schon hier auch kontaktieren. Genau das Ganze einmal speichern. Und dann wäre das hier schon wunderbar so vorgefertigt. Und Leute könnten dich eben hier auf der Seite, auf deiner One-Page kontaktieren. Ganz kurz vielleicht noch zum Thema Buttons. Die kann man auch wunderbar hier benennen. Zum Beispiel Termin vereinbaren. Und dann kann man denen noch einen Untertitel geben. Zum Beispiel kostenlos. Also du siehst, man kann das wirklich individuell anpassen. Kannst hier noch ein Icon hinzufügen. Zum Beispiel Telefon. Und dann kannst du diesen Button noch verlinken. Entweder direkt mit deiner Telefonnummer. Oder du kannst sagen, scrolle runter. Und zwar zu diesem Abschnitt, zu dem Buchungsabschnitt. Und dann, wenn Leute draufklicken, würde der automatisch zu diesem Kennedy-Link hier scrollen. Wir können das einmal hier veröffentlichen. Und dann kriegst du hier so eine Dummy-Domain. Irgendwie julianweber123onepage.me Und dann können wir uns die Seite eben angucken, so wie wir es gebaut haben. Das sieht ja schon echt cool aus. Und wenn wir jetzt hier auf Termin vereinbaren klicken, scrollt er automatisch runter. Und du siehst, so könntest du eben dann diese einzelnen Buttons eben verlinken. Oder auch zu anderen Website-URLs das Ganze verlinken. Und ein Vorteil von One-Page.io ist nämlich, jetzt sieht das gut aus auf Desktop. Aber die haben das auch direkt mobile optimiert. Und zwar bin ich dann direkt hier auf Mobilgerät. Und da sieht das eben auch gut aus. Also wenn du dir das hier anguckst, die Abstände passen. Die Schriftart ist groß genug und so. Und da kann man sich das wirklich hier anschauen. Und man kann hier noch so ein bisschen den Abstandshalter zum Beispiel. Also hier irgendwie Linien dazwischen packen, wenn man das möchte. Muss man aber nicht, weil das sieht wirklich schon richtig gescheit aus. So einfach mal mit rumspielen ist wirklich relativ selbsterklärend. Und die Power ist eben, dass das Ganze super gut aussieht. Und dass man dann nicht mehr viel verändern muss. Man kann hier noch unter Design die globalen Design-Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel hier würde man mit den Design-Einstellungen, siehst du, das global verändern. Man könnte das noch so pink machen. Und dann sind eben alle vorgefertigten Farben verändern sich. Aber du siehst, du kannst hier relativ leicht eben die Farben verändern. Und auch mal mit rumspielen, was dir da eben am besten gefällt. Zum Beispiel, das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Und dann kannst du das Ganze noch mit den Schriftarten machen. Aber das sieht ja schon gut aus. Die Buttons könntest du auch noch verändern. Aber ich finde die auch okay. Und die Formulare, wie das aussieht, könntest du auch noch verändern. Die einzelnen Formfelder. Aber das ist ein bisschen over-engineert. Das kann man einfach so lassen, wie ich finde. Und ja, genau die Seite wäre jetzt so fertig. Und jetzt müssten wir einfach hier unter Einstellungen, veröffentlicht haben wir die ja schon, aber wir wollen natürlich unsere eigene Domain noch verbinden. Einfach hier auf Einstellungen, dann auf Seiteneinstellungen und dann kannst du hier deine eigene Domain verbinden. Du findest auf meinem Kanal auch Videos, wo man Domains kaufen kann, zum Beispiel auf Strate oder Ionos. Kann ich dir auch unten gerne verlinken. Da kaufst du eine Domain und dann kannst du eben die Domain hier übertragen und anpassen. Ganz wichtig, hier kannst du auch noch das Cookie-Banner einstellen. Das braucht man noch in Deutschland natürlich. Und hier kannst du noch den Projekttitel, Projektbeschreibung noch ändern. Und ganz wichtig, hier hast du noch so ein Favicon, das hier oben dieses Bild. Das kannst du noch einfügen. Sorgt einfach dafür, dass dein One-Page dann noch schicker aussieht. Und ganz wichtig ist aber auch noch hier die SEO-Einstellung. Und zwar, wie dein One-Pager auf Google gefunden wird. Der Metatitel ist immer das Blaue, was man bei Google sieht. Und die Metabeschreibung ist dieser Text da drunter. Und das musst du eben eingeben mit den entsprechenden Suchbegriffen und Keywordern, dass du bei Google gefunden wirst. Und hier hast du noch so ein Share-Bild. Das ist eben, wenn jemand zum Beispiel deine URL nimmt und dann auf WhatsApp teilt oder auf LinkedIn oder so, dann hat man ja immer so ein kleines Vorschau-Bild von der Seite. Da würde ich dir einfach empfehlen, machst du einen Screenshot von der Nummer hier und packst den dann hier einfach rein. Genau, dann lädt der das hoch. Und wenn ich jetzt diese URL nehme, bei WhatsApp reinpacke, würde eben dieser Vorschau angezeigt werden. Hier kannst du noch Events tracken. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel Werbung auf Facebook oder Instagram machst. Dann kannst du hier eben ein Google-Pixel oder ein Metapixel einfügen. Und sobald Leute sich gemeldet haben, würdest du hier im CRM-System auch die Leads sehen, also die E-Mails. Und hier unter Analytics siehst du auch, wie viele Leute, zum Beispiel ich habe jetzt die Seite einmal aufgerufen hier, dann siehst du die Besucher und noch so ein bisschen, wo die herkommen, ob die Mobil, Desktop und aus welchem Land. Und du kannst sogar noch E-Mails damit verschicken an deine Kundenkontakte hier im CRM und kannst hier neue E-Mail-Vorlagen erstellen. Aber das wird jetzt auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Das ist auf jeden Fall den OnePager, den wir jetzt so erstellt haben. Und den könntest du jetzt veröffentlichen und eben dann irgendwo verlinken. Und wie ich finde, ist die Power eben von OnePage.io, diese schicken Vorlagen. Ich habe da auf jeden Fall auch nicht zum letzten Mal eine Webseite mit erstellt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Wenn du dich jetzt anmelden willst, gerne über den Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn du da unten bist, gerne auch einen Daumen hoch da lassen. Das hilft einfach, YouTube zu verstehen, dass das hier ein gutes Video ist. Und da steigt das Video ein bisschen im Ranking. Also vielen Dank dafür. Und wenn du jemanden kennst, der auch einen coolen OnePager braucht, gerne weiterempfehlen. Würde mich freuen, wenn noch mehr Leute das Tool nutzen. Genau, und bis zum nächsten Video. Vielen Dank für alles und bis dann. Ciao, ciao.